Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich wieder am Joggen und mehr erzähle ich nach dem Intro. So, puh. Heute ist schöner Sonnenschein, ist aber scheiße kalt. Der Taunus zeigt sich mal wieder nicht so von der Acapulco-Seite, sondern eher von der Taunus-Seite. Aber zum Laufen ist es eigentlich ziemlich gut geeignet, finde ich. Ich glaube, heute mal knapp acht Kilometer erreicht mir das. Ich bin heute nicht so motiviert, aber ich muss was machen. Ganz wichtig, aber nicht so weit laufen. Bloß nicht so weit. Circa drei Kilometer habe ich schon hinter mir und irgendwie will es heute nicht so laufen. Ich habe nicht so richtig die Luft, weil es auch nicht. Irgendwie fühle ich mich nicht gut. Aber wie das halt manchmal so ist, muss ich dann durchbeißen. Sonne im Rücken, weiter geht's. Immer weiter. Aber es ist nicht so schön gerade. Macht nichts. Sport muss nicht immer schön sein. Schön ist es erst dann, wenn man sie letztlich hat. Ganz oft. Nach etwa vier Kilometern habe ich gedreht und laufe jetzt wieder zurück. Und werde dann meine acht Kilometer vollenden können. Das, was ich eigentlich geplant hatte. Wichtig ist immer, an solchen Tagen, wo es nicht so richtig läuft, nicht in Lethargie zu verfallen. Und einfach zu Hause zu bleiben und sagen, ey, will ich nicht. Man muss es auch mal machen. Einfach mal machen und seinen inneren Schweinehund überwinden. Auch wenn man vielleicht eine komfortable Situation hat und relativ viel Sport macht. Trotzdem noch mal losgehen. Und noch mal losgehen. Und noch mal losgehen. So wie es bei mir ist. Ich mache relativ viel Sport. Aber manchmal habe ich keinen Bock. Aber dieser Bock interessiert mich nicht. Der kann mich nicht verarschen. Weil ich habe zu lange, zu oft gesagt, nee, heute nicht. Nee. Und dann schleicht sich das so langsam ein. Dann macht man das am nächsten Tag auch nicht. Und dann bin wir am nächsten Tag auch nicht. Und wenn die Figur es ruiniert, frisst es sich gänzlich ungeniert. Sagt man ja. Deswegen dranbleiben. Immer ein bisschen. Und deswegen sind acht Kilometer heute okay. Acht Kilometer passt. Alles gut. Andere wären froh, wenn sie nur acht Kilometer laufen könnten. Ich werde mich gleich. Ich bin jetzt gleich da. Das freut mich. Das freut mich sogar sehr. Ich habe mein Pensum heute gemacht. Alles super. Alles gut. Ich bin gleich zu Hause. Die ist gleich jetzt hier unter dieser Eisenbahnunterführung durchlaufen. Die gleich kommt. Habe ich noch hundert Meter. Und dann ist alles gut. Da habe ich meine acht Kilometer gemacht. War doof heute. Aber. Da kenne ich jemanden. Aber. Es sollte für heute reichen. Also. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.